Es regnet in Sträumen und das spielt halt mir mal wieder mit, du bist nass. Ja, das ist doch. Das ist ja gut, das ist ja gut, das passt doch. Ja. Ich hätte hier gedacht, ich weiß das auch so. So, brauchst du noch Holz? Äh, achte. Ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Und das wäre? Ich habe die Kisten hier platt gemacht. Ja. Ohne drüber nachzudenken, dass da noch Sachen drin sein könnten. Aber die, ja, die fallen raus. Ja, ja, aber ich komme nicht mehr dran. Wie, du kommst nicht mehr dran? Weil ich den Boden hier rausgenommen habe. Ich trottel. Jetzt liegen die auf dem Boden oder was? Ja, ganz unten, ganz unten auf die Hütte. Ungünstig. Ja. Also, wir müssen gucken, dass wir da irgendwie drankommen. So, habe ich jetzt alles eigentlich schon, ne? So. Da einen neuen Boden reinsetzen. Da ist ein Loch. Ja. Warte mal, du hast gefragt, ob da alles ist? Wie müsste er eigentlich? Ja. Ja. Ist gemütlich hier. Ähm. Jetzt ist nur die wichtige Frage, wie komme ich hier wieder raus? Ähm. Ja, da. So. Dann mache ich hier hinten mal die Ramschkiste hin, ne? Ähm. Die Ramschkiste? Ja. Ich habe dir da mal Holz hingelegt. Nein! Hey, wollte ich doch gar nicht haben. Okay, du kannst nur einen gleichzeitig fermentieren. Ich würde, damit ihr wissen wie immer, wofür ich nach ripped. Ähm? Ähm. aí Dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä. das ist scheiße so das ist nicht doch mal in ruhe machen ja genau die hier die redig weißt du auch wieder nicht bescheid hier ja wenn du keine antwort mehr hast machst du einfach ja komm runter ja ich krieg auch ein paar aufs maul an so dahin gehen ich muss noch ein bisschen kuffer hier rumfliegen haben du fängst an zu frieren ja das problem ist ganz schön dunkel was habe ich denn da habe ich noch holz 6 die gehen dabei da haben wir edelholz hammer lederreste und wildschweintrofäer die müssen die müssen nach ihr wildschweintrofäer wildschweintrofäer lederreste sie rein die wildschweintrofäer rein so da da packen wir hier rein sie sagen ja da die höchstrophäer daneben die höchstere schon wieder nacht hier hier kommen wieder die gewerkschaft ich habe gerade das problem ist ich habe keine ausdauer habe ich muss dir helfen jetzt schauen so lange mich der berserker noch in ruhe lässt ist alles in ordnung der läuft oben rum und weiß nicht wo er hin soll wissen sie wissen die doch alle nicht so lust fällt für stoff hier so dann müssen wir die lehrmache die ziehen wir wieder an was ist da guck mal stein raus den da rein den da rein wir kommen hier kommt doch einfach unter die video guck mal einer an hier liegt ja noch mehr scheiße drin sind sie ziemlich abonniere so kopf abpacken mal weg ab das ist ein sortier hier die ist leer dann packen wir da guck mal da sind noch losfälle da sind stein ich habe kein holz und keine kohle das gut ist gut alles gut ich komme mich gerade kann man die tolle reste da rein trolle trophäe so ich glaube ich brauche 20 holz und zehn kupfer zu machen also 20 kohle dafür brauche ich wiederum 20 holz was haben wir hier ich lege mir jetzt erstmal hier edelholz meine 30 die ich brauche in die kiste 30 oder 25 ich wollte den 25 ok dann habe ich davon genug davon genug das muss ich jetzt umwandeln darf ich aber das ausnahmsweise man nicht in anderes zeug wieder umwandeln ich brauche direkt den kupfer ja ich habe den einen den hatte ich noch ja das passt das passt haben wir hier irgendwo noch holz rumliegen das nicht trauger trophäe ja das harte geweih pack ich mal mit in die höchstrophäen kiste ja passt ja irgendwie ist ja quasi art verband habe ich mir auch so gedacht also jetzt brauche ich kohle noch kann man zumindest ein bisschen schon mal da sortiert da ist das edelholz das brauche ich nicht da sind die lederreste die können weg das kann weg die augen kann ich auch mitnehmen wie lange fermentiert der den lange glaube ich dann kann ich das schon mal unten sortieren dann ist das nämlich hier oben auch schon mal weg da kommen die augen rein so da kommen die lederreste rein da kommt das hirschfell rein so siehst es ist ja schon mal ein klein wenig system tag 131 das wird immer später also immer weiter also wir schaffen noch mehr ja keine ahnung wie lange der fermentiert das kann ich jetzt nicht sagen du weißt dass das eine vorte stunde drüber sind ja okay die folge wird dann wohl gestärkt dann machen wir jetzt noch die fünf genau dann kann man den einfach in der mitte richtig gut geklappt das ist wenn du einmal im tran drinnen bis ist vorbei das schlimmer ist halt ja du ich muss die ganzen kisten hier die muss ich beschriften ich bin ja schon dabei aber mir fehlt das holz ich habe kein holz mehr holz ich habe noch drei wie viel brauchst du denn so 200 300 okay ich hab dir drei hingelegt hier fällt hier stehen das sieht alles nicht nach dem aus was ich suche der rest sind einfach hier in die vier kisten sortiert der rest kommt auf die andere seite weil ich nicht weiß wie viele profil noch kommen könnten jetzt noch 50 holz drin in der einen kiste ja bringt aber nichts warum wollte es heute das war das war eine glänzende folge war das herrlich ich versuche ein bisschen drauf zu achten jetzt auch das ist da geht so schnell das merke ich an den anderen auch auch guck mal da liegt ja noch eine keule ich bin jetzt hier oben hier bin ich da bin ich hin die münzen und so die wollte ich wieder nach oben packen hatte ich mir überlegt wobei die könnten wir eigentlich auch wenn du willst kannst du damit shoppen geht brauche ich dann im moment ich weiß nicht was es kostet und haben wir genug ja was es kostet weiß ich auch nicht besuch viel besuch sehr schön besuch 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 mit widerstand fermentieren na gut ich wünsche euch noch viel spaß gehe es wirklich pennen schön aber noch vielen dank bis dabei sein schön hat es nicht mehr sehen schönes wochenende mensch so wieder nicht gekriegt hast du was anderes erwartet hier in den dann schon drin wo wissen ja in dem dann schon waren wir schon sicher das war der wo du links und ich rechts und rumgegangen bin oder umgekehrt das hast du mir die tage noch erklärt gestern nur wissen los hier sind pülse also der pilz kannst du einmal holen dies worden jana wahrscheinlich vertun wir uns jetzt beide und du wirst dadurch einen dann schon durch und der ist voll mit irgendwelchen gegnern so ja ich trage zu viel ist auch egal kühl vorrichtung neben den handels wenn ich das noch dahin kriegen das klappt nicht da ist zu wenig platz dann kommst du da hinten in die ecke weil ein teil muss irgendwie direkt daneben das sieht aus wie eisen oder so eisen wirst du nicht finden glaube ich nicht so das lässt sich auch nicht abbauen wir haben die schmiede hier auf nummer drei ich habe acht das ist auch nichts drum gehe ich glaube ich noch mal kupferfahre ich gehe noch ein bisschen kopf ich habe hier eben und dann dahin du nimmst auch nicht alles mit ich nehme das mit was ich tragen kann ich würde aber vorschlagen dass wir uns darüber in der nächsten folge unterhalten nächste folge ja in der nächsten folge in der nächsten folge tschüss bis zur nächsten folge